Wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer im Alltag. Beim Finanzieren, bei wichtigen Entscheidungen und bei Investitionen in neue Vorhaben. Auch wenn sie damit ein gewisses Risiko eingehen. Und übrigens, vereinbaren Sie doch einen Beratungstermin vom 7. bis 7. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. meine Geschwister. Meine Geschwister leiden unter Drogensucht kommen mit dem Gesetz in Konflikt und leiden einfach so sehr unter dieser Situation, dass sie sich nicht wehren können. Ganz aber ganz anders aber Madonna. Sie sagt Ich 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 wurde ein Overachiever. Ich habe mir das selber in den Kopf programmiert. Es ist mir egal, wenn ich auf der Straße leben muss. Es ist mir egal, wenn ich Müll essen muss. Ich tue es. Und genau mit dieser Haltung hat sie es geschafft, zum Weltstar zu werden. Bis heute. Ich finde das sehr beeindruckend. Und gemäß der Veröffentlichung von Jessica DiBella zu unternehmerischer Resilienz ist Madonna damit ein Paradebeispiel für persönliche Resilienz. Sie hat Schlimmes erlebt, aber das hat sie nur krisenfester gemacht. Und die vielen Jahre im Showbusiness sind, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass Madonna wirklich eine sehr resiliente Persönlichkeit ist. Unser Ziel ist es nun, diese individuelle Resilienz auf Unternehmen übertragen zu können, sodass Sie, liebe Zuschauer, liebe Geschäftsführer von KMUs, es schaffen, Ihre Organisation resilient zu machen. Selbst wenn Sie schon jetzt mitten in der Krise stecken, denken wir, dass wir Ansätze gefunden haben, um dies Ihnen zu ermöglichen. Ich möchte jetzt von der individuellen Resilienz zur unternehmerischen Resilienz übergehen und Ihnen kurz anhand dieses Schaubilds erläutern, was wir damit meinen. Wir befinden uns alle seit mehr als einem Jahr in einer Ausnahmesituation. Die Covid-19-Pandemie verlangt uns persönlich wie auch professionell alles ab. Der böse Virus, hier oben links dargestellt, hat uns unerwartet getroffen und schickt Ihr Unternehmen, viele Unternehmen, auf eine Schussfahrt bergab, ohne Möglichkeit zu bremsen. Für viele Unternehmen hat dies sogar in einer Existenzkrise geendet. Ganz anders resiliente Unternehmen. Sie sehen hier auf der rechten Seite des Schaubilds, der böse Virus ist jetzt auf einmal ganz enttäuscht. Er prallt nämlich ab am Schutzschild der Resilienz. Er hat keine Möglichkeit, hinter die Mauern der Resilienzburg zu gelangen. Dies ermöglicht wiederum, Ihrem Unternehmen zum Berglauf zu starten, den Gipfel zu erklingen und trotz der Krise Wachstum zu erzielen. Genau dies versuchen wir Ihnen zu ermöglichen und Ihnen da auch konkrete Wege aufzuzeigen, wie das funktioniert. Wenn Sie also wissen wollen, wie Sie Ihr Unternehmen gegen unerwartete negative externe Bedrohungen schützen können, dann hilft Ihnen jetzt mein Kollege Prof. Dr. Wilfried Lux mit dem zweiten Teil unseres Referats weiter. Wilfried, bitte. Ganz herzlichen Dank, Sabine. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Resilienz, unternehmerische Resilienz als Schutzschild gegen externe negative Bedrohungen. Naja, um welche Bedrohungen handelt es sich? Man muss nicht lange raten, um dann zur Corona, zur Covid-19-Krise zu gelangen. Und ich möchte meine Ausführungen damit beginnen, einige Auswirkungen von Corona auf Wirtschaft und indirekt natürlich auch auf die Gesellschaft auszuführen. Oben links sehen Sie das Geldsäckel mit dem Dollarzeichen, was aber eigentlich Schweizer Franken sind. Und wer symbolisiert die Kosten, die schätzungsweise auf die Schweiz beziehungsweise auf die Welt zukommen. Wir sehen hier die astronomische Zahl von 138 Milliarden Schweizer Franken. Das ist eine Schätzung, die Ende letzten Jahres gemacht wurde, also Kosten, die die Schweiz zu tragen hat. Und weltweit sind es gar 24 bis 25 Billionen, also man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, 1000 Milliarden Schweizer Franken, die diese Krise an Kosten verursacht hat. Richten wir einen Blick nach unten. In der letzten Arbeitslosigkeit, auch da sehen wir mit 164.000 Arbeitslosen in der Schweiz ein Plus, also im negativen Sinne Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 in dem entsprechenden Monat. Und wenn wir den Blick nach links wenden, dann sehen wir 5 bis 25 Millionen Arbeitslose weltweit. Das sind Schätzungen, die gehen auf die International Labour Organization zurück. Die haben da verschiedene Szenarien durchgespielt, und zwar mit 2, 4, beziehungsweise 6 Prozent negativen Wirtschaftswachstum. So kommt diese Bandbreite zustande. Scheinbar ein Lichtblick, oben rechts, Konkurse, die Anzahl der Konkurse, der Pleiten mit im Jahre 2020 5.241 ist deutlich niedriger, nämlich 19 Prozent niedriger als im Vorjahr 2019. Das lässt sich aber erklären mit den massiven Hilfspaketen, die ja geschnürt wurden, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Das heißt also, es kann durchaus sein, wenn diese Pakete wegfallen, dass auch das eine oder andere Unternehmen, was eben dadurch künstlich am Leben erhalten wurde, nicht mehr weiter existieren kann. Leider zeigt auch ein Frühindikator, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, nämlich 40 Prozent mehr Einträge ins Betreibungsregister ist ein bekannter Frühindikator für dieses Phänomen. Unternehmerische Resilienz, wir und mit wir meine ich Sabine Pallas, wir haben Sie schon kennengelernt. Ich meine Herrn Anastasius Christodulo, er ist Geschäftsführer der Valantik Business Swiss AG, einer IT-Beratungsfirma, und ich, wir haben uns vor etwas über einem Jahr dieser Thematik angenommen, also gerade zur Zeit des ersten Lockdowns, und haben umfangreiche Recherchen zu dem Thema unternehmerische Resilienz betrieben und haben dann am Ende, es war dann Herbst, einen Artikel auch zu dem Thema geschrieben, der wurde im Controller-Magazin publiziert. Wer da Interesse dran hat, bitte melden, wir senden sehr gerne eine Kopie Ihnen dazu. Aber worum geht es eigentlich? Wir sehen auf der linken Seite aktive Resilienzmerkmale, und das heißt in der Krise selber, was muss ich machen, was kann ich machen als Unternehmen, und auf der rechten Seite passiv, also passive Merkmale, die schon im Vorfeld einer Krise erarbeitet werden mussten, um dann sich auszuzahlen in der Krise. Gehen wir kurz auf die einzelnen Merkmale ein. Flexibilität, relativ selbsterklärend, heißt, dass ich mit relativ geringem Aufwand, also finanziellem oder zeitlichem Aufwand, wechseln kann, zum Beispiel vom analogen Vertriebskanal auf den digitalen Vertriebskanal, oder von einem Produkt X auf ein Produkt Y, weil die Nachfrage da entsprechend anders oder besser ist. Schnelligkeit ist relativ selbsterklärend, das heißt, dass ich diesen Wechsel eben nicht in einem Jahr oder in mehreren Jahren vollziehe, sondern relativ zeitnah, das heißt innerhalb von Wochen, vielleicht ein, zwei Monaten. Elastisch oder Elastizität heißt, wie schnell kann ich auf meine Grundfunktionen, die wirklich wichtigen Aktivitäten und Prozesse im Unternehmen runterfahren. Ich vergleiche das gerne mit dem Sicherheitsmodus, auch im Windows beispielsweise, oder der Vergleich mit dem menschlichen Körper bietet sich auch an, der vielleicht eine Arktis oder Antarktis-Expedition macht und dem Erfrieren nahe ist, dann fährt der Körper automatisch seine Funktionen zurück und versorgt nur noch die wirklich lebenswichtigen Organe und vernachlässigt eventuell Arme und Beine dabei etwas. Und darum geht es auch hier bei der unternehmerischen Resilienz, dass das Unternehmen auf seine wirklich wichtigen Funktionen zurückfährt. Rechts, wie gesagt, die passiven Merkmale, da haben wir zunächst die Redundanz. Damit ist gemeint, dass ich mich nicht auf die Kompetenz eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin verlasse, sondern eben mehrere mit diesen Kompetenzen habe. Es bedeutet, dass ich mich nicht auf ein IT System verlasse, dass man ausfallen kann, sondern dass ich Backup-Systeme habe beispielsweise. Oder es fordert auch, dass ich wichtige Teile nicht nur von einem Lieferanten beziehe, sondern eventuell auch von mehreren, falls die Lieferkette unterbrochen ist, dass ich da nicht im Regen stehe. Das ist nicht so unumstritten, denn in den letzten Jahren war das Paradigma Rentabilität, Effizienz und das steht natürlich im gewissen Widerspruch zur Redundanz, denn ein zweites IT-System, mehrere Mitarbeitende, Management von mehreren Lieferanten kostet Geld und geht zu Lasten der Rendite. Von daher ist wirklich auch ein Umdenken eventuell notwendig in Richtung Redundanz und weg von hundertprozentiger Effizienz. Schließlich Vernetztheit, Autarkie, damit ist gemeint, das richtige Maß, also ein Optimum zu finden zwischen Vernetztheit mit wichtigen Partnern, mit Kooperationspartnern, aber auch genügend autark zu sein, dass ich eben im Krisenfall die wichtigen Dinge, wichtigen Komponenten selber herstellen kann, ohne von anderen zu stark abhängig zu sein. Das war ein Überblick über die Merkmale der Resilienz. Wir befinden uns, also wir als Forscherteam befinden uns da auch noch auf einer Reise. Wir treiben das Thema voran. Wir haben einen Forschungsantrag in Bern auch eingereicht und drücken da die Daumen, dass das bewilligt wird. Voraussichtlich im April helfen Sie uns auch Daumen drücken da. Worum geht es? Wir wollen das Konzept weiter konkretisieren. Wir wollen konkrete Stellhebel, die die Resilienz beeinflussen, identifizieren. Wir wollen die Resilienz konkrete auch messen mit Kennzahlen und wir wollen Methoden der künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings einsetzen, um wirklich da auch dieses Optimum an Stellhebeln und Auswirkungen auf die Resilienz herauszufinden. Also eine sehr spannende Sache. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir da Unterstützung, finanzielle Unterstützung auch aus Bern bekommen werden. Ja, kommen wir zum praktischen Teil, praktische Beispiele resilienter Strategien oder Unternehmen. Vier Teile. Oben links, da ist ein Kanal dargestellt, in dem Fall der von Korinth in Griechenland, aber gemeint ist oder symbolhaft für Vertriebskanal. Also Wechsel von einem Vertriebskanal auf den anderen. Vor allen Dingen sind da die beiden Merkmale, also Resilienzmerkmale, Flexibilität und Schnelligkeit wichtig. Und ich möchte exemplarisch dann zwei Unternehmen nennen, die das hervorragend gemacht haben im ersten Lockdown im letzten Jahr. Das eine ist Foto Haus Ammann, gleich hier am Bahnhofsplatz. Die haben ihr ganzes analoges Angebot innerhalb von ein, zwei Wochen im Online-Shop angeboten, sodass man das da bestellen konnte, wie man es sonst im Laden gekauft hätte. Ein weiteres gutes Beispiel sind Schneiderschuhe, Traditionshaus, ältestes Schuhhaus der Schweiz. auch sie haben sehr schnell alles online gestellt. Man konnte also online die Schuhe bestellen, die wurden an Ausgabestellen abgegeben oder gleich nach Hause geschickt. Dann konnte man sie austesten, wollte man sie behalten, konnte man elektronisch bezahlen, wollte man sie nicht behalten, konnte man sie zurückschicken. Das Ganze wurde auch in Form von Gutscheinen verkauft, die dann noch um 10% im Wert erhöht wurden. Auf diese Weise mit sehr innovativen Methoden hat Schneiderschuhe die Krise recht gut gemeistert. Oben rechts das Paket symbolisiert Produkt oder auch Dienstleistung, eben Resilienz bei Produkten, dass man andere Produkte in der Krise anbietet. Wichtig da auch Flexibilität und Schnelligkeit wieder. Beispiele sind Tanzschulen wie hier angegeben oder auch Fitnessstudios, die halt ihre Kurse, die sonst vor Ort angeboten werden, im Studio oder in der Tanzschule, dann per Livestream ins eigene Wohnzimmer kommen, dass man da eigentlich gleich gut oder fast gleich gut die Bewegungen machen kann. Links unten diese Wertschöpfungskette symbolisiert Geschäftsmodelle, also dass wirklich neue Geschäftsmodelle entstehen, resiliente. Da ist neben der Flexibilität und Schnelligkeit auch noch das Elastische wichtig, also wo kann ich runterfahren, um was anderes hochzufahren, wo habe ich Redundanzen, dass ich mir das überhaupt leisten kann. Auch da zwei Praxisbeispiele, einmal oben das Logo ist von Weinbau Schmied aus dem Rheintal, er hat in der ersten Lockdown-Phase seine Spirituosenbestände umgebrannt in Desinfektionsmittel und das dann an die entsprechende Nachfrage angepasst und am Markt verkaufen können. Sicherlich eine sehr innovative Angelegenheit. Misanto ist ein Technologiebetrieb aus dem Thurgau, die so Apps herstellen, die haben auch sehr schnell reagiert und eine Corona-App dann im Lockdown erstellt und mittlerweile weiterentwickelt zum Managen von Terminen, Impfterminen und so weiter, also auch recht innovativ. Schließlich noch unten rechts, diese Zahnrädchen symbolisieren Prozesse, also Resilienz in den Prozessen. Da sind vor allen Dingen die passiven Merkmale von Resilienz wichtig, Redundanz und Vernetztheit oder Autarkie. Auch da ein Beispiel von zwei Unternehmen, die zusammen gespannt haben, kooperiert haben. Die Firma Nahtlos als Textilunternehmen, die Firma Traxler als Technologiepartner haben zusammen gespannt und haben Schutzmasken hergestellt, Textilschutzmasken und zwar mit 3D-Drucker Technologie, also sehr innovativ, eigentlich ein innovatives Produkt und ein innovativer Prozess. Ja, was nehmen wir mit? Einige Tipps oder zumindest Denkanstöße von unserer Seite. Ich habe es versucht, ein bisschen bildhaft darzustellen. Oben links ist der Storch, der auf einem Bein steht und das andere Beinchen anhebt. Der steht ganz gemütlich da, aber man kann sich vorstellen, wenn er das Beinchen jetzt runterlassen würde, würde er noch besser dastehen, nämlich auf zwei Beinen und das ist auch die Symbolik, die dahinter steht, vielleicht ein zweites Standbein aufbauen, sei es ein neuer Vertriebskanal, sei es ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, um stabiler dazustehen. Dann rechts abgesicherter Modus, ich war darauf eingegangen, Stichwort elastisch, also wie kann ich auf meine Grundfunktionen runterfahren, was sind die überhaupt, wenn Not da ist, dass ich entsprechend in diesen Modus, in diesen Sicherheitsmodus fahren kann. Dann unten links, die süßen Eisbärchen sollen Zwillinge darstellen und man kann sich vorstellen, ich spiele vielleicht gerne mit denen, ich lasse die vielleicht auch gerne tanzen, was auch immer und wenn ich jetzt nur ein solches Bärchen habe und das ist vielleicht mal müde oder auch krank und kann nicht, dann habe ich ein Problem, dann kann ich nicht mit ihm spielen, aber wenn ich zwei habe, dann kann das eine schlafen und ich kann immer noch mit dem anderen spielen, also gemeint ist natürlich Redundanz, also zu überlegen, was sind wirklich lebenswichtige Ressourcen, Menschen oder Maschinen, die man vielleicht doppelt vorhalten sollte. Und schließlich, last but not least, das Spinnennetz, da muss ich mich fragen, wie tief dringe ich da work, mache vieles selber oder vernetze ich mich jetzt sehr stark mit meinen wichtigen Kooperationspartnern, um da eine recht starke Vernetzung zu haben. Das sind so einige Denkanstöße, damit wäre ich auch schon am Ende meiner kurzen Präsentation angelangt und ich würde jetzt überleiten zum ersten Mal in unseren Chatraum zum Kollegen, der bereits erwähnt wurde, Prof. Dr. Marco Gehrig, er ist unser Chatmaster heute und Marco, die Frage an dich, sind schon einige Kommentare oder Fragen an uns beide eingegangen. Ja, guten Abend zusammen. Tatsächlich haben wir eine erste interessante Frage und zwar stellt Stefan die Frage, welche der Faktoren flexibel, schnell, elastisch den größten Impact haben auf die Resilienz, die du vorgestellt hast. Gut, ich mache vielleicht mal den Anfang, du kannst dann ergänzen, das ist eben noch nicht mathematisch genau herausgefunden, das ist eben eines der Ziele unseres Forschungsprojektes, genau diese Antworten zu liefern. Man kann mit gesundem Menschenverstand sagen, vor allen Dingen Flexibilität, schnelles Handeln, aber natürlich auch runterfahren. Ich denke, Schnelligkeit und flexibles Handeln, denke ich, wird tendenziell wichtiger sein, als die anderen Faktoren, die vielleicht auch mehr Energie brauchen, um es aufzubauen. Das ist nur ein Gefühl, eine Meinung. Wie gesagt, wissenschaftlich nachweisen müssen wir es erst noch hoffentlich im geplanten Forschungsprojekt. Wenn ich noch was ergänzen darf, ich würde sagen, wir Bemutung ist, dass Resilienz auch neben Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter auch was mit den klassischen Kennzahlen zu tun hat. Also wie liquide ist ein Unternehmen, wie rentabel ist ein Unternehmen. Und man kann sich denken, dass man um die Liquidität aufrechtzuerhalten schnell reagieren muss. Um die Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu stärken, sind andere Faktoren wichtiger. Also wir werden hier hoffentlich in unserem geplanten Forschungsprojekt diese Frage beantworten können, um hier auch eine Gewichtung innerhalb dieser Merkmale vornehmen zu können. Marco, gibt es noch eine Frage? Ja, wir haben noch eine spannende Frage und zwar, die Merkmale, die ihr objektivt habt, wirken ja unterschiedlich auf die Branchen. Was könnt ihr da sagen, wo die Unterschiede zu vermuten sind oder sind diese branchenspezifisch? Also ich denke, die Merkmale, vielleicht sind sie noch nicht vollständig, vielleicht ergibt sich bei zukünftigen Forschungen, dass es noch ein sechstes und ein siebtes Merkmal geben wird, was auch wichtig ist, aber ich denke, die Merkmale sind relativ unumstritten, die jetzt im Raum stehen. Und ich denke auch, die sind branchenunabhängig, Flexibilität, Schnelligkeit etc. Die individuelle Ausprägung wird unterschiedlich sein, also sprich Schnelligkeit im Pharma-Bereich sieht vielleicht anders aus als im Dienstleistungsbereich, im Handelsbereich. Also die individuelle Ausprägung, vielleicht auch die besagten Kennzahlen, die werden abweichen. Ich vermute aber die generellen Merkmale, so wie wir sie hier vorgestellt haben, eher nicht. Was mir noch dazu einfällt oder vielleicht das als Information, in unserem schon genannten Forschungsprojekt haben wir jetzt vier Partner aus der grundsätzlich produzierenden Industrie. Also hier werden wir uns in erster Linie dies anschauen und ich stimme dir zu, dass die Merkmale branchenübergreifend sein werden, aber möglicherweise ist die Gewichtung anders. Wir hatten im Rahmen der Akquise auch mit Unternehmen gesprochen, die beispielsweise einen übergeordneten Wert der Unternehmenskultur zuordnen. Und bei der Unternehmenskultur, das ist natürlich nichts, was man schnell erzeugen kann. Also wenn man sagt, ich habe jetzt viele unzufriedene Mitarbeiter, ich habe keine offene Unternehmenskultur, ich möchte das ändern, ich glaube, das ist jedem klar, dass es nicht von heute auf morgen geht. Das heißt auch vielleicht nicht so sehr die Industrie oder die Branche, sondern der Fokus des jeweiligen Unternehmens könnte da entscheidend sein. Marco, weiter Fragen? Wir haben gerne noch eine Frage zu diesem Merkmal. Könnt ihr vielleicht ein Beispiel geben, wie man das konkret umsetzen kann, vielleicht mit messbaren Indikatoren oder Indizien, wie man das in der Praxis umsetzen könnte? Also machen wir es ganz konkret, nehmen wir Gastro-Bereich sicherlich der Bereich, der mit am stärksten betroffen war und ist jetzt in der Krise. Man sieht viele, die sehr schnell dann auf Takeaway-Dienstleistungen umgestiegen sind, eben das wäre jetzt hier im Konzept Wechsel von einem Vertriebskanal zum anderen, also nicht mehr vor Ort essen und trinken, sondern eben mit nach Hause nehmen oder sonst wohin. Man kann sich vorstellen, dass die Zeit gemessen wird, wie schnell ist das möglich gewesen? Waren das jetzt zwei Tage? Waren das zehn Wochen? Wie schnell sowas aufgebaut war? Das wäre jetzt so eine Art Durchlaufzeit als Kennzahl. Mit wie viel Aufwand war das verbunden? Das wäre jetzt eben Thema Flexibilität. Musste erst jetzt noch ein komplett neuer Kanal, vielleicht auch Internet Auftritt aufgebaut werden? Wie viel Kosten hat das verursacht? Das wären so Zeit und Kosten Überlegungen. Ich spreche wieder gerne von der Unternehmenskultur. Meine Idee dazu wäre noch, dass in Unternehmen, wo die Unternehmenskultur eine Rolle spielt, wie misst man Mitarbeiterzufriedenheit? Ich glaube, das wird eine unserer großen Herausforderungen beim Projekt, aber man muss sich ja eher sehr hohe Ziele setzen und etwas visionär sein und genau da kommt auch die künstliche Intelligenz ins Spiel. Also dadurch, dass wir vorhaben, künstliche Intelligenz in unser Tool einzubauen, wird es, ich spreche jetzt im Idealzustand, möglich sein und ich spreche auch, sofern Themen des Datenschutzes und der persönlichen Daten ausgemerzt werden können, dass beispielsweise ein Roboter aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Lieferanten und Mitarbeitern des Einkaufs oder zwischen Mitarbeitern herauslesen kann, wie aktuell die Stimmung im Unternehmen ist und wie zufrieden die Mitarbeiter sind. Und ich habe noch keine Vorstellung davon, ob das dann eine Zahl von 0 bis 100% ist oder wie auch immer das dann, in was für einem Indikator man das ausdrückt, aber genau dafür, für dieses Messbar machen, brauchen wir erstens die Ermittlung, was wir denn messbar machen wollen, also sprich in der Unternehmenskultur wollen wir die Mitarbeiterzufriedenheit messbar machen und dann müssen wir uns auch noch überlegen, wie und das wäre jetzt beispielsweise die Idee, da mit Hilfe der künstlichen Intelligenz zu arbeiten. Hast du da noch was hinzuzufügen? danke. Marco. Eine letzte Frage vielleicht noch von meiner Seite, was würde dir empfehlen, die viele Unternehmen die Krise zu kämpfen haben, wie schaffen sie es vielleicht mit Resilienz aus dieser Krise zu kommen? Also ich fange mal mit dem negativen an, nicht möglich, wenn man schon in der Krise ist, wird es sein, die passiven Merkmale noch aufzubauen, also Redundanzen aufzubauen, sich ein Kooperationsnetzwerk aufzubauen, also da würde ich empfehlen, sich auf die aktiven Merkmale zu konzentrieren und schauen, eben was brauche ich wirklich, was ist das dringendste, um zu überleben und eben Blick nach rechts und links, wo kann ich schnell und möglichst einfach wechseln, eben besagte Restaurants auf Takeaway, um einen anderen Vertriebskanal zu wählen. Also ich würde mich auf diese drei aktiven Merkmale vor allen Dingen konzentrieren, in so einer Situation, wenn ich halt nicht lange vorher Puffer aufgebaut habe, sozusagen, sondern mich schon in der Situation befinde. Meine Idee hierzu wäre noch, beziehungsweise was ich denke, was absolut essentiell ist, es braucht Unternehmergeist und Mut in einer solchen Situation. Man muss, also ich denke, jeder, der ein Unternehmen führt, egal ob das eine Tischlerei ist, eine Bäckerei, eine Bank, neben dem Daily Work, wird er immer im Kopf haben, was könnte ich noch machen, was könnte noch ein Produkt sein. Also ich glaube, hier arbeitet es dauerhaft und ich bin Theoretikerin, also ich maße mir nicht an, irgendwie das Business einer Tischlerei wirklich zu kennen, aber möglicherweise könnte man hier in Richtung eines neuen Produkts überlegen, dass man durch den Schnitt, wie sagt man da, also den Reste des Holzes noch jemanden findet, der daraus kleine Kunstwerke schnitzt und online vertreibt oder dass man noch einen Takeaway Lieferservice, dass man sich zusammenschließt und wenn die Tischlerei eh jeden Tag von St. Gallen nach Arbon fährt, hier noch Lieferservice übernimmt. Also hier einfach noch dieses Fünkchen Mut, dieses Fünkchen Kreativität und auch mal über den eigenen Tellerrand hinausdenken. Also ich glaube, das sind Punkte und natürlich sollte es alles schnell umzusetzen sein und ja, ich glaube, da sind Unternehmen gut gerüstet, wenn sie das im Kopf behalten und dann eben noch langfristig die Idee der Redundanz oder der Vernetzung weiterverfolgen. Wenn sie es dann aus der Krise wieder rausgeschafft haben, dann langfristig planen. Wir haben noch eine Frage. Wo würdet ihr das Thema Resilienz verorten? Im strategischen Management oder eher im Risk Management oder gar in einem anderen funktionalen Bereich? Also ich das ist eine gute Frage. Ich würde es überall verorten, ehrlich gesagt. Es gibt sicherlich Elemente, wie dargestellt, die strategische Bedeutung haben, aber es geht runter bis in die operative Ebene. Also wenn man jetzt neue Produktionstechniken, eben wieder 3D-Drucker beispielsweise hat, das wird dann sehr schnell sehr operativ. Aber natürlich muss man auch auf der obersten strategischen Ebene dann, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es wirklich vielleicht die Liquidität runterfährt im Krisenfall auch schnell handeln. Also ich denke, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Matrix, die also die verschiedenen Hierarchie-Ebenen darstellt und in den Spalten beispielsweise diese 5 oder wie viel es auch immer sind, Merkmale der Resilienz, die dann bestimmte, auch andere Ausprägungen dann haben, je nach Ebene, aber dass es nicht an einem Ort verordnbar ist. Denn es hat natürlich Risikomanagement-Aspekte drin, im Sinne von Renundanz beispielsweise, dass ich Polster aufbaue, von denen ich dann zehren kann im Krisenfall, aber eben Schnelligkeit beispielsweise muss dann überall sein auf jeder Ebene. Also es ist eine sehr gute Frage, aber nicht so eindeutig zu beantworten. Willst du ergänzen? Gerne, mir brennt schon was auf der Zunge, nämlich den Thomas, den wir noch mit ins Boot geholt haben. Also wir haben hier für unser Forschungsprojekt noch den Kollegen vom Institut für Unternehmensführung Thomas Grabichler mit ins Boot geholt, aus gutem Grund, weil er ist nämlich Experte für Machine Learning und kennt sich hervorragend aus im Kreditrisikomodellierung. Das heißt, er wird uns hoffentlich helfen, er wird uns sicher helfen, Ideen, die jetzt eben schon im Bereich Credit Risk Management bestehen, auf unser Thema zu übertragen. Zudem gibt es offensichtlich dort im Risikomanagement Bereich schon Ansätze mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Es ist hier also grundsätzlich schon der Grundstein gelegt, dass wir dies auch verwenden können. Also wir haben hier jetzt schon innerhalb des IFUs interdisziplinär angefangen zu arbeiten. Wir sind am Zentrum Finanzmanagement und Controlling. Thomas Grabichler ist bei Finance Banking. Wir haben auch noch das Strategiezentrum bei uns am IFU, das mit Sicherheit dann auch relevant wird. Und nicht zuletzt müssen wir das Thema irgendwann auch noch vermarkten. Also unser Marketingzentrum wird mit Sicherheit dann auch noch relevant werden. Sind das alle Fragen, Marco, die bei dir eingegangen sind? Wir haben mittlerweile schon mehr Fragen. Eine Frage finde ich besonders spannend, das Verhältnis zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz, was Wilfried ja angesprochen hat. Wie beurteilt ihr das? Also nicht Wettbewerbsfähigkeit, ich habe das Spannungsfeld von Rentabilität einerseits und Redundanz angesprochen. Ich denke, wenn es Thema Wettbewerbsfähigkeit ist, da brauche ich Resilienz dazu, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Ansonsten laufe ich am Limit und irgendwann laufe ich heiß und der Motor verbrennt beispielsweise, um es ein bisschen bildhaft darzustellen. Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen Resilienz, Redundanz zum Beispiel und Wettbewerbsfähigkeit, wohl aber zumindest kurzfristiger Rendite, dass ich da Einbußen habe, Abstriche machen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Dem kann ich nur zustimmen, nichts mehr anzumerken. Vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorhin schon genannt habe. Ich freue mich wahnsinnig, dass es offensichtlich auf Anklang stößt, das Thema und Wilfried und ich, wir können stundenlang über das Thema sprechen, so sind wir auch zu dem Thema gekommen, weil es uns einfach beide persönlich interessiert hat. Und vielleicht können wir da einfach auf den virtuellen Apero am Ende der Veranstaltung hinweisen. Wie gesagt, Wilfried Lux und ich werden an zwei unterschiedlichen virtuellen Tischen stehen und kommen Sie sehr gerne jeweils an unseren Tisch, wenn Sie sich noch weiter inhaltlich austauschen möchten. Und ich glaube, der Übergang zum gemütlichen Teil findet dann von alleine statt. Herzlichen Dank, Marco. Vielen Dank, dass du jetzt hier den Chat moderiert hast. Und wenn noch weitere Fragen übrig sind, du hast es mit Sicherheit dokumentiert, dann können wir uns das im Nachgang auch noch anschauen. Gut, dann übergebe ich an dir. Vielen Dank. So, an der Stelle könnte ich jetzt Brille und Jackett wieder ausziehen, um wieder die Rolle der Moderatorin des heutigen Abends einzunehmen. Wir sind jetzt nämlich fertig mit unserem Input-Referat. Ich sehe und ich freue mich, dass es Sie offensichtlich interessiert, Sie bereits zum Nachdenken gebracht hat und dass wir das Thema nachher mit Sicherheit noch vertiefen werden. Wir werden es aber jetzt gleich noch vertiefen, denn als nächster Programmpunkt wartet auf Sie die Podiumsdiskussion mit Roland Weibel, Doris Hafen und Guido Schildknecht, die hier das ganze Thema Resilienz noch an weiteren praktischen Beispielen vertiefen möchten. Darf ich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion bitte auf die Bühne bitten? Ganz herzlichen Dank, Sabine. Wir haben zwei Unternehmen aus St. Gallen, zwei Unternehmen aus ganz anspruchsvollen Branchen, zwei Unternehmen, die stark bis super stark getroffen worden sind und ich freue mich sehr, zu mit euch über Resilienz zu reden, über eure Unternehmungen zu reden, über zu reden, was ihr gemacht habt, was eure Erfahrungen sind und ich würde gerne mit Ladies First anfangen, natürlich und meine erste Frage ist, Covid ist ja nicht nur hart, sondern ist auch noch ungerecht, weil sie ja genau die Branchen treffen, die bis jetzt auch schon relativ schwierig daran waren und vielleicht bevor wir wirklich auf die Krise eingehen, Doris Hafen, vielleicht können wir mal ganz kurz anschauen, 10 Jahre, 2010 bis 2019 ungefähr, die Reisebranche ist schon in dieser Zeit herausgefordert gewesen, kann man einfach so als Hausnummer sagen, was ist in dieser Zeit in etwa passiert, also quasi in dieser Normalzeit bevor Corona gekommen ist? Wir haben in den letzten 10 Jahren sicher schon gewisse Bereinigung gegeben bei Reisebüro, dadurch, dass sehr viele gewisse Produkte einfach auch einfacher wurden zum Buchen und wir sind aber im 2015 sich Kroni an deutschen Rewee Konzernen verkauft worden, oder die haben uns übernommen, Rewee ist eine Genossenschaft, etwa so groß wie Grob und Migros zusammen und dadurch haben wir uns dort organisiert und sehr gut aufgestellt, wir sind also jetzt schon vor dieser Pandemie sehr schlank und gut aufgestellt gewesen. Das ist Kroni jetzt, sie ist Filialleiter in St. Gallen und sie betonen jetzt, sie sagen jetzt mal mit Rewee 2015 ist eigentlich noch relativ gut gewesen von Kroni, da habe ich so Klausen gehört, wo wir mit den Land geredet haben, trotzdem einfach schon zwei, Facts, also ein Fünftel weniger Reisebüro innerhalb von 10 Jahren, 40% weniger Umsatz, also und dann ist Corona gekannt und hier auf dem Bild, ihr seht es dort vorne, hier auf dem Bild zeigt es kurz auf, das ist eine Folie aus dem Schweizer Reiseverband und der zeigt auf, dass Corona euch dreifach betroffen hat. Vielleicht können Sie kurz sagen, was ist quasi dreifach eingeschlagen in dieser Geschichte für euch? Ja, wir haben natürlich in den letzten Jahren die einfachen Produkte, die natürlich mehr online gegangen sind, aber für uns ist es dann auch eigentlich interessanter geworden zum Arbeiten, weil wir die komplizierteren Reisen organisieren dürfen. Also von dem her, ja. Und letztes Jahr im Frühling dann aber, es ist eigentlich fast wie ein Tsunami gewesen, ein kleiner und die einen Leute, die noch unterwegs waren, die wir mussten zurückholen, die anderen, die der Reise kurz davor war, ist, also, ja, man hat, man schauen, dass man alles unter Kontrolle hatte. Darauf ist, Sie haben quasi den Lockdown war, länderschlüssig, Sie haben die Kunden zurückholen, also schauen, dass die überhaupt als Krisenmanager spielen, schauen, dass die wieder in die Schweiz kommen, oder? Und dann haben Sie mir gesagt, Sie haben eigentlich zum Zeitpunkt März vor einem Jahr, vor einem Jahr haben wir den Unternehmensspiegel zum Glück noch machen können, das war etwas von der Letzten Analyse, was noch durchgeführbar war, und dann ist es in der Lockdown gekommen. und dann haben Sie mir gesagt, Sie haben zu dem Zeitpunkt, weil eben Kunden relativ früh buchen, die Hälfte des Umsatzes des Jahres eigentlich schon in den Büchern kam. Ja, also wir haben mehr wie 50% von unserem Jahresumsatz schon verkauft, es ist super gelaufen, Umsatz war über Vorjahr und eben weil die Kunden buchen etwa 3 kompliziertere Reisen, 3 Viertel bis ein halb Jahr im Voraus dann ist der Tsunami gekommen und der Lockdown und bis Ende Jahr haben wir dann eigentlich noch 25% vom Vorjahres Umsatz gehabt. Ich glaube, wir haben eine Folie, das ist eine Folie wieder vom Verband her, darf ich noch kurz um die nächste Folie bitten? Genau, das ist vom Verband, die sagen Umsatzrückgang im letzten Jahr minus 80 bis 90%, in dem Jahr nochmals mindestens quasi die Hälfte bis drei Viertel 40% von den Unternehmungen 3'000 Arbeitsplätze sind akut gefördert. Bei Kwoni selber sieht es ein bisschen besser aus. Ist das ganz so schlimm wie die ganze Branche? Ja, per Ende Jahr haben wir 75% Umsatz verloren und für dieses Jahr rechnen wir, wenn es gut kommt 50% vom 2019 gut Quasi vom letzten normalen Jahr. Und jetzt glaube ich, jetzt muss man sich da einfach mal so auf den Zungen zu gehen, das ist nicht das richtige Bild, oder? Weil auf den Zungen zu gehen ist eigentlich grundsätzlich positiv, oder? Und da reden wir über etwas, jetzt machen wir zum zwölften Mal den Unternehmensspiegel. Und wir haben schon einmal über Herausforderungen und Challenges gesprochen. Aber jetzt stehen wir im Jahr 2000 und Frühling 2021 da und wir reden über die Reisebranche, wir reden über Kwoni und sie sagen mir, sie haben letztes Jahr drei Viertel vom Umsatz, den sie normalerweise machen, verloren. Und sie stehen da und sie lächeln Misabano an, oder? Aber eigentlich ist es ja, ich habe mir überlegt, wie kann man das sagen, oder? Bei Asterix ist ein Komik, den ich sehr gerne habe, und bei Asterix heisst es, das Allerschlimmste ist, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt, oder? Und Bien ist jetzt der Himmel auf den Kopf kalt. Und sie sind die Filialleiterin, haben ein Team, wir reden nachher noch über, was haben sie konkret gemacht, aber wie haben sie die Tragödien abgezeichnet hat? Ja, es ähm, wir sind eigentlich so im Strudeliden gewesen, also, wir hatten ja im letzten Jahr im März, April, Mai, es dauert noch bis jetzt an, wir hatten so viel zu tun gehabt, man hat gar nicht zu viel von den schlechten Gedanken haben, auch, wir hatten ja immer Erfolgserlebnisse gehabt, wenn wir wieder Leute teilgebracht haben, das sind dann wieder unsere Freuden gewesen, und, ja, man muss sich an den kleinen Sachen wieder aufreppeln, und, ja, also, klar ist es, wenn man nur einfach Umsatz zerstört und annulliert, und, nein, die schöne Reise, und, sie wollen nicht umbuchen und annullieren, und wie kommt ins Geldretour rüber, Fluggesellschaften klemmen, und, also, es ist schon, ja, aber, wir haben dann da bei uns im Büro, ich habe im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, die alten Hasen haben es gemacht, und, ja, im 2001 haben wir Swissairgrounding gehabt, aber das war ein Sonntagsspaziergang gewesen, was wir jetzt hatten, es ist einfach eine Fluggesellschaft nach der anderen, hat den Flugger lang geleitet, oder still geleitet, und, ja, wir hatten einfach Nerven, oder Gespräche mit den Kunden, es kommt gleich Dankbarkeit entgegen, ja, also, also, über die alten Hasen reden wir noch, das ist etwas, was sie mir gegeben haben, das ist etwas, was mir schon beim Vorgespräch den Kopf gegangen ist, also, wir reden über drei Viertel weniger Umsatz, und sie sagen, wir sind dran, wir haben gearbeitet, wir haben Kunden auf die Kunden schauen, wir müssen Probleme lösen, wir müssen funktionieren, so, oder, und ich habe manchmal schon gedacht, und das ist vielleicht etwas, wir reden nachher über die fünf Merkmale, wo meine Kollegen jetzt darüber geredet haben, über Resilienz, aber etwas, was sie nicht gesagt haben, wie sie auch noch, oder beziehungsweise vielleicht indirekt gesagt hat, Savini Palace hat von Kultur geredet, oder, und auch von Haltung, und am Schluss ist ja gleich irgendwo, Resilienz hat da ganz viel mit, und da ist vielleicht bei dem Madonna-Beispiel rausgekommen, oder so, im Sinne von, was auch immer passiert, aber, ich habe beschlossen, dass ich überlebe, ich habe beschlossen, dass es weitergeht, ich habe beschlossen, dass wir einen Schritt von dem anderen setzen und aus dem Schlamassel wieder rausgekommen, da höre ich bei Ihnen jetzt auch stark aus, und über das hören wir sicher noch, auf das können wir noch sprechen, ich glaube, das ist eines von den Punkten, wo ich überzeugt bin, dass die Leute, die uns heute zulassen, mitnehmen, dass es am Schluss ja auch noch relativ stark geisteshaltig, eine Einstellung, eine persönliche Haltung ist, wie man mit ganz schwierigen Sachen umgeht. Jeder Schildknecht, wir reden über Geschwende, Geschwende ist eine St. Galler Institution, ich glaube, man muss nicht im Grossen vorstellen, was es ist, aber vielleicht kannst du gleich ein, zwei Worte, bei Koni wissen es wirklich alle, aber vielleicht kannst du gleich ein, zwei Worte sagen, weisst du, Geschwende, und dann nachher die Knüpfelungen an, euch hat es zum Glück nichts ganzes so schlecht getroffen, aber vielleicht kannst du gleich etwas sagen, wie hat es letztes Jahr bei euch ausgesehen? Also, Kaffee Geschwende AG ist eine bekannte St. Galler Bäckerei mit Konditorei, Kaffee, Kaffee, Restaurant und Kaffeebetrieb. Wir haben fünf Filialen, St. Galler und Umgebung und haben 130 Mitarbeiter gehabt, vor Corona. Uns ist eigentlich in den letzten 25 Jahren immer besser gegangen, wir konnten den Umsatz immer steigern und zum Platz St. Galler haben wir sehr einen guten Namen. Jawohl. Jetzt haben wir noch einmal eine Folie, die eure Branchesituation bei euch aufzeigt. Ich habe hier einfach zwei, drei Sachen rausgeholt. Die letzten Kennzahlen, die Gastros und der Branchenverband veröffentlicht hat, das sind Drittquartalszahlen, also Stichtag Herbst, Umsatz Gastgewerbe minus 31% Beschäftigung minus 11% und wenn wir rechts unten noch schauen, Gastgewerbe dort wird noch unterschieden, logischerweise die minus 30% ist so ein Schnitt, im Berggebiet deutlich weniger, in der Städte die Hälfte weniger, ich glaube St. Galler kann man schon als Stadt bezeichnen, die Hälfte weniger, bei euch ist es aber, man sieht es auch, ich habe es noch grafisch, noch so die Grafik reingefitzt, es ist relativ dramatisch, was man von dieser Grafik sieht, bei euch zum Glück nicht ganz so. Ja, im Jahr 2020 haben wir das Glück dass die Leute zu Hause waren, mehr in den Bäckereiläden eingekauft haben, Homeoffice in den Quartieren haben wir überall mehr Umsatz gehabt, uns hat dann einfach der Gastroanteil gefehlt, der Cateringanteil und der Restaurantanteil natürlich, aber einfach dadurch, dass die Leute und der Grossverteiler ist mir auch nicht mehr gegangen zeitlang und das hat uns unheimlich gut getan in dieser Phase dort und wir haben dann bis in dem Jahr 12% weniger Umsatz gehabt, zum Vorjahr. Also das ist ja schon im normalen Jahr, wie man sagen, unglaublich dramatisch, 12% weniger Umsatz, oder? Aber jetzt in dieser Branche und im letzten Jahr, glaube ich, kann man schon fast sagen, da ist man schon fast mit einem blauen Auge davon gekommen, oder? Ja, für das letzte Jahr können wir das schon so sagen, also haben wir eigentlich noch gestaunt, dass in dem Jahr dann wirklich das, was rausgekommen ist. Aber, da steht Beschäftigung minus 11%, ihr habt auch, also du hast schon mal gesagt, du hast vorhin gesagt, 35 Jahre haben ihr eigentlich nur Wachstum gekannt, oder? Ihr seid irgendwo von 28 auf, glaube ich, 128 Personen hochgegangen, also eine riesige Erfolgsgeschichte geschwände, oder? Und was ist passiert letztes Jahr jetzt auf der Mitte weiter? Ja, wir mussten auch ein bisschen reagieren, weil Kurzarbeit reicht ja dann nicht ganz, um alles abdecken und wir haben dann gut zehn Personen uns verloren, die einen haben etwas anderes gefunden, gingen dann auch solche, die noch nichts gefunden haben, wir würden die auch wieder einstellen, wenn wir könnten, irgendwann, wenn sie wieder aufwärts geht, und jetzt kein Catering und so, und im Februar hatte ich genau noch 100 Mitarbeiter gehabt. Also doch auch, ja, weil das ist immer ein rechter Einschnitt, wenn man Leute gehen lassen muss, wenn man nicht mehr alle beschäftigen kann. Stichwort heute vor einem Jahr, am Anfang von dieser Geschichte, du bist Teilhaber, Mitinhaber von einer Erfolgsgeschichte von Geschwende, hast du zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr, hast du Existenzängste? Ja, da habe ich ganz fest gehabt, sogar, weil bei uns sind so viele Bestellungen abgestellt worden, so viel Catering abgestellt worden, tageweiß Lieferscheid gelöscht, 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 man hat nicht geglaubt, im Büro, was jetzt passiert, und ich habe gedacht, in zwei Monaten gibt es uns nicht mehr, also ich konnte nicht forschen, dass wir da überleben können. Und einfach dort an ist dann gerade Toastra gekommen, die war wirklich gut und da hat uns dann wieder positiv gestimmt. So ein erster Lichtblick ist dann so reingekommen. Ich kann mir das sehr gut nachvollziehen, jetzt sind wir ja später, wir wissen doch einiges mehr, aber in dem Zeitpunkt, dass das wirklich sehr starke Existenzängste auslöst. Ich würde gerne mit euch über die fünf Merkmale reden, so ein bisschen Resilienz, Marion Pestert hat am Anfang gesagt, der Schwamm, den man zusammendrückt, und Resilienz heisst, man schafft es, um wieder zurückzukommen, und man schafft es, dass man wieder aus dem Druck irgendwie rauskommt. Stichwort elastisch, elastisch so ein bisschen zurück auf den Kern, zurück auf das, wo lebensnotwendig ist. Das hat logischerweise in einer solchen Krise sehr viel auch mit Kostensparren zu tun, mit irgendwie das unmittelbare Überleben sichern. Gido Schildknecht, was haben ihr bei Geschwenk gemacht? Ja, wir haben doch schon geguckt, dass Personalkosten sicher nicht hochgehen, dass wir bei den Produkten im Laden, wir haben Produkte überarbeitet, wir haben einen Teil zum Sortiment rausgenommen, wir haben viel zu grosses Sortiment voran, das ist schon gegangen, aber das ist dann nicht mehr gegangen, mit weniger Mitarbeitern in der Produktion kann man auch nicht mehr produzieren, dann hat es Produkte in einem Geschäft, wo man wenig braucht, oder zu wenig und die haben wir dann wirklich gestrichen, haben das Sortiment gestraft, unter dem haben wir wieder besser produzieren, besser produzieren, Doris Hafen, wie war es bei euch? Haben ihr Leute entlassen? Wir haben 17% von unserer Belegschaft, also 17% Vollzeitstellen abgebaut, es waren im ganzen 140 Personen und jetzt reden wir über Koni insgesamt, über Koni insgesamt, ja, genau, aber, nein, insgesamt haben wir 140 Leute, oder 140 Leute entlassen, oder, ja, 17% von der Stellen reduziert und bei euch selber jetzt, bei uns in den Filialen ist jetzt nichts, also, das hat natürlich immer wieder mal natürliche Abgänge oder Pensionsreduktionen, frühe Pensionierungen, und bei uns in der Ostschweiz, der geht von Kötzlingen bis Davos, ist effektiv eine Kündigung ausgesprochen worden und die Filialen haben wir in der ganzen Schweiz haben wir zwei Filialen geschlossen, aber keine in der Ostschweiz. Also Koni insgesamt 17%, das ist doch, würde ich jetzt sagen, dramatisch, aber wenn man die Zahlen gesehen hat, dann ist es glaube ich auch völlig klar, man kann nicht mit einem wesentlichen Kostenblock so weiterfahren wie besetzt und jetzt sagen Sie, Sie selber haben bei Ihnen eigentlich kein Personal entlassen müssen, doch haben Sie massiv mit den Kosten abgelassen, und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen reden, also so etwas, eben elastisch quasi, Sie haben zurückfahren, Sie haben wirklich abbauen, Sie haben die Kostenstrukturen durchbrechen, was haben Sie konkret gemacht? also der grösste Hebel ist natürlich Kurzarbeit und obwohl das mir immer recht viel zu tun haben mit Annulationen, Umbuchungen, ja, ist einfach das Ziel, dass wir nicht mehr als 30% schaffen und die Lehrlinge, die haben ja auch Lehrlinge bei uns im Büro, die dürfen aber keine Kurzarbeit machen, das ist auch eine Herausforderung, dann nachher Vollstopp bei allen Kosten, die nicht wirklich nötig waren, von Weihnachtsessen haben wir schon im Sommer gewusst, dass wir keines machen, extern und einfach wirklich Zeitungsabonnement alles, mit allen Vermietungen geredet, wir dürfen ja das Büro immer offen haben, ausser gerade in den ersten zwei Monaten und ja, das ist auch ein bisschen schwierig mit den Vermietern, wenn man das Büro immer offen hat für Mietzinsreduktionen, aber es ist wirklich jede Gemeinkostenposten ist angeschaut worden und wir haben dafür gekämpft. Sie haben also jeden Franken umgetragen, Sie haben jeden engstrichen, Sie haben selbst beim Putzen geschaut, beim Putzen, ja genau, wenn keine Kunden mehr in den Laden kommen, dann müssen wir auch nicht mehr jede Woche das Büro putzen. Ja, wir haben bei unserem Hauptsitz in Zürich-Alstädten, dort haben wir auch große Mietflächen durch Homeoffice einsparen, es hat schon ein paar grössere Pöste gegeben, aber wir haben bis zu den Halten für die Mitarbeiter und einfach alles, jeder Franken, nur noch Rechnungen, Online-Scheik, keine Briefmarken mehr, also was irgendwie gegangen ist, haben wir einfach, ja. und dann müssen wir schnell gehen, zweiter Faktor, oder? Ja. Schnell. Warum haben Sie es geschafft, um schnell zu reagieren? Da schaffen viele Unternehmungen nicht, viele Unternehmungen können nicht, oder es fällt ihnen sehr schwer, selbst wenn es schwierig ist, um relativ schnell zu reagieren, warum ist es bei uns schnell gegangen? Unsere Geschäftsleitung ist immer, also ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass wir schon in den letzten Jahren gute Prozesse aufgelesen hatten, haben, die sind so drinnen gewesen, auch unsere Geschäftsleitung, dass sie einfach gewusst haben, wo, dass wir noch ansetzen können. Und da, denke ich, es war ein springender Punkt, dass es so schnell gegangen ist. Wir hatten nicht vorher irgendwie externe Berater und so riesig, wir haben sehr viel selber erschaffen, auch in Projekten sind immer Mitarbeiter einbezogen, man kann sich für alle Projekte intern bewerben und ja, wir sind nicht gerade Selbstversorger, aber irgendwie, wir sind so alle in viele Prozesse involviert, dass wir einfach gewusst haben, wo den Hebel ansetzen. Das ist schon fast ein bisschen autark, ein bisschen ein bisschen sein Unabhängiges und Kultur von einem Problemlöser. Das ist etwas, wenn man da nicht in der Kultur hat, wenn man da nicht in den Genen hat, wenn man da nicht in den Knochen hat, dann kann man nicht, wenn man da nicht grundsätzlich gewöhnt ist, um schnell zu sein, kann man nicht auch in einer Knochen nicht schnell sein. Und da spüren wir auch. Aber da haben wir auch eben Kunden, die Probleme haben an einer Destination, Fahrausweis zu Hause fliegen lassen oder irgendwie etwas, Krankheit, Unfall. Wir sind uns gewöhnt, so, was machen wir jetzt? Und dann. Gita Schildknecht, ich behaupte jetzt einfach, jetzt sind da schnell. Warum sind da schnell? Wir sind das Dritte, die die Kaffe Spenderg gehört. Und wir sind im Geschäft, wir arbeiten mit, wir sehen, was passiert, wir sehen, wenn das Telefon nicht mehr schälen, wir merken, wenn die Kosten nicht mehr im Lot sind, wir spüren, wenn im Laden Kunden andere Produkte wollen, wenn sie weniger Produkte wollen, wir können sofort reagieren, von jetzt auf jetzt eigentlich. 100 Mal ist doch ein rechter Laden, also es sind doch ein grösseres KMU, würde ich sagen, eine staatliche Geschichte. Jetzt haben wir drei Chefs und ich habe so gesagt, ist nicht selbstverständlich, du hast gesagt, jeden Tag bin ich sicher eine Stunde irgendwie tunne im Laden vor Ort, damit ich die Front gespüre. Ich glaube, nicht ganz selbstverständlich bei 100 Leuten, dass der Chef noch jeden Tag wirklich sagt, bewusst ginge an die Front. Ja, das ist bei uns so, das machen wir alle gerne, wir sind gerne an der Front, wir schaffen alle Teams mit, sei es in den Backstuben, sei es im Laden, sei es im Restaurant und dadurch haben wir wirklich einfach die Nähe, die es braucht zu den Mitarbeitern, zu den Kunden, du siehst, was läuft, das funktioniert eben schon gut, wenn man wirklich mit ihnen zusammen ist. Bei Beidruck war, als ich euer Büro gesehen habe, alles offen, Ali, du hast gesagt, ich brauche kein Chefbüro, sondern wir sitzen hier alle zusammen und quasi, und dann bin ich ganz nahe, dann bin ich mit dem Ohr nahe und spüre ganz schnell, wenn hier etwas läuft und so sind wir eben auch schnell. Ja, das ist schon von Anfang unser Motto gewesen, dass wir uns nicht irgendwo einschliessen im zweiten Kämmerli, hinten links, sondern miteinander in einem Büro arbeiten, hat jeder seinen Pult, wir hören, was passiert, wir sehen es, wir stellen es, wenn die Mail kommen, wenn ein Kunde anruft, irgendein Problem hat, dann können wir reagieren, irgendwer nimmt ihn da gerade an die Hand und das macht es bei uns schon ein bisschen aus, dass wir so miteinander das Ganze überstehen können. Und dann hat mich etwas extrem fasziniert, wo ich selber Meilen, weit Lichtjahre davon entfernt bin, Stichwort papierloses Büro, also bei mir no way, aber ihr habt es geschafft. Ja, wir haben im April 2019 auf eine Software gesetzt, die heisst Docuware und seitdem sind wir total papierlos, es gibt keinen Ordner in unserem Büro, gar nichts, die Rechnungen kommen per Mail rein, die werden elektronisch abgelegt, wird elektronisch bezahlt, die Löhne werden elektronisch verschickt, Proteine geiscannt, wir mögen möglichst ohne Papier zu schaffen. Da haben wir natürlich schnelle Prozesse, da haben wir natürlich keine Schnittstellen, sondern das, was wir vorhin gesehen haben, das habt ihr mustergültig umgesetzt. Nächstes Stichwort, flexibel, schnell, schnell in dem Sinne reagieren, anpassen, Sortiment, so Sachen, was habt ihr gemacht, was ist anders bei euch, was ist neu jetzt, mit dieser Corona-Geschichte? Und wie ich schon gesagt habe, wir haben das Sortiment ein bisschen verkleinert, ein bisschen angepasst, wir haben ganz am Anfang Take-away eingeführt, wir haben früher noch in der Küche gekocht, im Kaffee, im Restaurant, im Garten, im Essen, den Gästen, verkauft, und das haben wir dann nicht mehr gehabt und haben dann gemerkt, dass wir eigentlich über den Laden an den Goliath-Gas auch könnten ein Menü verkaufen, das ist vorher nicht gegangen, weil eigentlich zu viel gelaufen ist, die Küche zu klein war, haben wir da gerne anbieten und in dem Moment haben wir das sofort anbieten und das machen wir jetzt ein Jahr lang und ich finde es wahnsinnig schön, da kommen ganz viele Stammkunden, die auch nachher wieder ins Restaurant essen, die im Laden ihr ein Menü holen, von den umliegenden Firmen, von Banken, von Sicherungen, von Schulen und das tut uns gut, weil ein Koch ist noch beschäftigt, gibt ein bisschen Leben ins Haus und den Umsatz nehmen wir auch gerne. Du hast gesagt, das bleibt ein Sortiment nach Corona, oder? Doris Hafen, weisst du bei euch anders, wollt ihr neu gemacht, wollt ihr angepasst, inwiefern müsst ihr flexibel sein? Bei den Produkten haben wir auch Anpassungen gemacht, so gut wie es gegangen ist, also vor allem bei uns bei Kwoni, Reltour, Sport-Oxler-Reisen, da haben wir, ja, das Sportcamp war halt jetzt in der Stump-Alperose im Toggenburg und nicht mehr in Spanien oder das Langlaufcamp ist nicht mehr in Skandinavien, sondern im Engadin, also da haben wir schon probiert, einfach Destinationen halt auszutauschen und ja, so gut wie es gegangen ist. Dann habt ihr zum Beispiel Hochzeitsreisen, glaube ich, habt ihr gesagt. Genau, Hochzeitsreisen haben wir auch, da haben wir jetzt halt ganz viele Absagen auch gehabt und dass wir dort das Produkt neu aufgelistet haben, auch noch mit Hochzeitssienstleistern zusammen, dann nachher haben wir auch bitte, jetzt habe ich gerade das Ding. Auf jeden Fall auch so, oder logisch, das ist ja People Business, normalerweise, also, klassisch im Reisenbüro kommt man und dann nachher wird man beraten, da ist in dem Sinne mindestens teilweise weggefallen und dann haben ihr gesagt, ja, okay, online. Online, genau, wir haben vor zwei oder drei Jahren schon mal Videoberatung aufgeleisen und angeboten, aber es hätte es einfach niemand wollen, das konnten wir jetzt eigentlich wieder aus dem Schubladen nehmen. Ja, dann haben wir auch den Vertrieb neu aufgestellt, wir haben jetzt, vorher ist jede Filiale viel, also, ja, nicht gerade Eigenbrötler, aber, ja, wir haben jetzt neue Habstruktur, wo wir dann Prozesse optimieren und mehr zusammenarbeiten. Ich würde gerne nachher noch schnell ansprechen und das Stichwort Vernetzt. Jetzt, redundant, ist so eine, ist echt eine schwierige Geschichte, Wilfried Lux hat es gesagt, oder? Also, jetzt geht man in der Unternehmensführung Betriebswirtschaft her und Predigt seit 50 Jahren mindestens, wahrscheinlich schon sehr viel länger. Ihr müsst kosten sparen, ihr müsst effizient sein, ihr müsst alles, was nicht zwingend wertgeschöpfend ist, ihr müsst eliminieren. Und jetzt kommen mehr und sagen, eine gewisse Redundanz, ein bisschen Speck auf dem Fleisch, ein bisschen Fleisch am Knochen, etwas, nicht gerade das allein, und wenn das wegfällt, dann bricht alles weg. Das ist eigentlich eine schwierige Geschichte. Und gibt es da, gibt es bei euch Sachen, wo ihr sagt, da haben wir eine gewisse Redundanz? Ich denke sicher bei den Filialen, zum Teil. Also, es ist nichts überstürzt worden, es ist erst im August, hat man entschieden, wie viele Mitarbeiter dort man abbauen und auch Filialen, wir sind drei Filialen in St. Gallen. Aber, ja, alle drei sind rentabel, rentierend, haben ihre eigene Kundschaft, also, da ist man jetzt nicht so geirig gewesen und hat gesagt, so, da kann man jetzt noch Miete einsparen und etwas zusammenlegen, also, und so, eben in dem, dass wir jetzt eine neue Hauptstruktur haben, kann man dann sonst immer noch den anderen wieder ein bisschen aushelfen, wenn es mal ein bisschen enger wird. Da hat man sehr eingeleuchtet, oder, dass wenn man rein auf das Blatt Papier würde schauen, dann könnte man sagen, ja gut, drei Filialen in St. Gallen, nicht jetzt in einem wahnsinnigen Radio sein, da könnte man wahrscheinlich jetzt auf dem Papier ein bisschen Kosten sparen, wenn man eine würde machen, aber sie haben es auch angetönt, es gibt glaube ich gute Gründe, dass wir diese erlernen, die sind gewachsen, die haben unterschiedliche Kunden, das eine ist eine Übernahme gewesen, da gibt es unterschiedliche Kompetenzen, das ist eine gewisse Redundanz, die einfach Sinn macht, bei euch jetzt. Stichwort, drei Filialen, bei euch sind es fünf Filialen, warum? Ja gut, du hast auch ein bisschen gewachsen, die einen haben wir übernehmen, weil wir Mitarbeiterinnen hatten, die sich in Abteil selbstständig gemacht hat, wir haben sie zehn Jahre beliefert, bei der Pensionierung haben wir dort einsteigen, dann ist es, vor gut zehn Jahren haben wir keinen Platz, wir haben keine Produktion, wir haben bis kurz unsere Kunditarei, haben in Winkl die Firma Max-Ecker übernehmen, haben dort die Kunditarei auslagern, können dort mit zehn Arbeitsplätzen, können wir Schrafen produzieren und dadurch kommen wir auch immer noch in die Goliath-Gasse, in den Bachstuben, haben wir immer noch genügend Platz, weil wir eben einen Teil weg haben und in Mörschwil hat sich auch ergeben, dass wir auch die vier am Ecker übernehmen dürfen übernehmen und unsere fünf Filialen braucht es alle, also da gibt es nicht eine, die nicht läuft oder die wir nicht mehr wollen, wir sind auch nicht zu nahe, das funktioniert gut so, auch bei uns, wir haben die 9-Touren, haben wir dann nicht mehr alle gebraucht, letzten März, April, weil so viele im Homeoffice waren, und dort haben wir auch zusammengelegt, dort haben wir Kosten sparen und das war eine von diesen Sachen, 19-19-Touren da hatten es Mitarbeiter, die keine Umsatz mehr nachgebracht und keine Ware mehr verkauft und dann haben wir diese 9-Touren neu aufgelassen und zusammengelegt. Fünf Filialen, drei Geschäftsleiter, sage ich jetzt einmal, ein 100-Mann-Betrieb könnte man auch als One-Man-Show oder One-Woman-Show machen, wie macht es anders, warum? Das können wir, das wollen wir aber alle drei nicht, also wir haben es gut miteinander seit 25 Jahren, jeder hat dem seine Verantwortung und es ist schon noch gut, wenn man miteinander besprechen kann und wenn dann sicher zwei etwas wollen, dann ist der Entscheid auch gut, das funktioniert dann und wir machen dann nicht so grosse Fehler, wenn du allein entscheidest und mit niemandem redest, könnte ja mal sein, dass du einen Fehler machst, wenn du eine Falsch-Worte-Filiale auftunst und wenn dann wirklich alle einverstanden sind, dann haben wir das Gefühl, dass das gut funktioniert. Du hast mir gesagt, ihr habt in der Vergangenheit wenig, fast keine Fälle gemacht, wieder fast keine grosse. Ja, da haben wir das Gefühl, da haben wir das Gefühl, wenn wir so ein bisschen hört, bei den Kunden, bei den Gästen, bei den Mitarbeitern, auf dem Platz St. Gallen, haben wir wirklich das Gefühl, wir haben nicht einen grossen Seich gemacht. Und die drei haben da einfach, da hat es eine gewisse Ausgewogenheit gegeben und vielleicht das Einzelne hat man vielleicht das ein oder andere Mal. Ja, also jeder hat für uns auch andere Fähigkeiten und wenn man die Fähigkeiten zusammen tut und da ergänzt, dann kommt es aber recht gut raus. Doris Hafen, Sie haben vorhin gesagt, etwas von den alten Hasen haben es gemacht, oder? Sie haben gesagt, es sind, ja, die gestandenen Mitarbeiter, die jetzt in der Krise wie am meisten glänzt haben. Können Sie da dazu etwas sagen? Letztes Jahr im März, eben, wo dann der Lockdown kam, und unsere verschiedensten Kunden, im März ist man eher in Übersee, und die denen anrufen, sie sollten zu Hause kommen, das sind schwierige Gespräche, die Leute haben vielleicht nicht immer Nachrichten gelassen, und es ist alles wunderbar gewesen, und ja, haben es noch manchmal nicht verstanden, und was jetzt heimkriegen und abbrechen, sehr viele Kunden, eben, wo die Ferie davor gestanden ist, die haben angerufen, was ist mit meiner Ferie, was ist los, was ist mit dem Geld, also, dort ist dann ein bisschen mehr Druck gekommen, und die anderen, die schon in der Ferie waren, die sind eben sehr dankbar gewesen, und auch die Buchungen, die ein bisschen auf Wittrausse sind, die Leute haben sich gemeldet, ja, was heisst das für uns, und da ist so eine Menge von, also, was man jetzt zuerst macht, und wie, und was der Flug wieder annulliert, auch, wie bringen wir den heim, hast du noch eine Idee, also, ja, das ist so ein Druck, ein Druck, und, ja, das sind, glaube ich, ja, schon ein bisschen älteren Mitarbeiter, sind dann wie mehr gewachsen, also, die Jungen sind wirklich auch super, und wir sind so viel froh um die Jungen, ja, aber jetzt irgendwie die Nerven behalten, eins nach dem anderen, Gespräche führen mit den Leuten, das ist, ist, wir haben schon einfach ein bisschen mehr Übung und Erfahrung, und, es ist ja nicht nur Kompetenz, es ist ja nicht nur Klasse-Berufs-Erfahrung, sondern es ist auch ein bisschen älter, sie hat man etwas schon gesehen, es rupft einem nicht mehr so schnell, oder so, 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 was sie mir gesagt hat, ist mir natürlich aber wie, 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 wie Sane, würde meine Kollegen sagen, oder so, oder so, das ist wirklich, weil, ich meine, in den letzten Jahren hat man als alten, weissen Mann ja nur Brügel bekommen, oder? Und wenn ich das so so anschaue, also, das Alter, kann ich nichts machen und am Geschlecht auch nicht und weiss bin ich sowieso, aber in dem Sinn von dieser Geschichte ist offensichtlich das Alter jetzt nicht nur ein Nachteil und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, die jetzt eine kleine Lippe hängt und sagt, also, ist es wirklich so, ist das Ihre Erfahrung, die alten Hasen haben die Karren zum Dreck ausgezogen? Ja, also, es ist, es ist wirklich so, also, wenn ich auch mit den Kollegen geredet habe, es ist, es ist wirklich, am liebsten haben wir einfach alles selber gemacht und ja, es ist ja gut gewesen, wir haben Arbeitsteilung gemacht, die Jungen sind mehr, haben dann halt in der selberen Zeit mehr Kurzarbeit gemacht wie wir, wir haben einfach nur alle Leute heil bringen für Kunden, dass für sie wenig Kosten generiert, aber auch wir haben natürlich auch von unserer Seite auf Kosten schauen und und ja, also, da ist ... Sie haben mir gesagt, von all diesen Sachen, die jetzt wirklich anspruchsvoll schwierig sind, ist das eine von den grössten Herausforderungen, also, so, ein bisschen auf die Jungen schauen, schauen, dass die das packen, so, sagen sie, dort gibt es wirklich, das ist wirklich Anspruchsvoll. Also, die grösste Herausforderung ist für mich wirklich im Moment der Lehrling, also unsere Lehrtochter im Jahr, die dann die Lehrabschlüsse, also die hat die Hälfte der Lehrzeit, zuerst war sie im Lockdown gewesen und nachher, ja, es ist so kompliziert gewesen, wir hätten es gar nicht können, sonst gibt man den Lehrling, schau, das kannst du machen, das kannst du machen, aber es ist sogar, die Abrechnungen für die Kunden, haben wir fast am liebsten selber gemacht und also, man sage ja, mit den Lehrlingen, das ist wirklich eine Herausforderung. Also, ein bisschen emotional, psychisch, da hat man auch in den letzten, gerade in den letzten Wochen wieder Studien können lesen, ja, es trifft die Jungen am stärksten, ja, mehr Alten haben eher ein bisschen, auch ein bisschen wie nutzlos vorkommen, oder, sie haben uns fast nicht helfen können, also schon, wieder Sachen abklären und so mal, aber es ist einfach nicht mehr, ja, auch jetzt, wenn mal noch ein Kunde an den Schalter kommt, das ist so kompliziert, ja. Jetzt, die Resilienzfaktoren, haben wir jetzt, haben wir über die meisten geredet, vernetzt haben wir zwischen Dinnen so ein bisschen angesprochen schon und sehr viel hat mit mit Haltung, mit Kultur, mit dem, wie man es eben hat, was man pflegt zu tun, geschwende ist eine Erfolgsgeschichte, oder, da haben wir auch aufgezeigt, da haben wir gesehen, was macht ihr jetzt ganz, einfach mal, ganz wüdelblut am Schluss, was macht ihr eigentlich besser als die anderen? Also, ich glaube, bei uns ist ein Vorteil, dass wir wirklich miteinander arbeiten, mit den Verkäuferinnen, mit den Becken, mit den Köchen, mit den Servicefrauen, und einfach durch das sind wir näher, und spüren, was braucht, was nicht braucht, was bei uns auch, wir probieren unsere eigenen Produkte, immer wieder, Qualitätssicherheit ist ganz wichtig, jeden Tag, schaut, dass man dauernd verkauft, wirklich auch gut ist, dass es gut bleibt, oder noch besser wird. Er testet viele, er experimentiert. Ja, immer. Im Büro hat es meistens zu essen, schon morgen, musst du anfangen, kommt dort ein Stück neues. Und, also jetzt haben wir auch mehr Zeit, natürlich, im letzten halben Jahr, zum neues Zeugen entwickeln, neue Sachen, haben viele Zeit zum Studieren, aber es ist wirklich, ich glaube, bei uns einfach die Nähe, in der Firma, die uns ein bisschen anders macht. Und ihr tut auch nicht auf den Lorbeeren ausruben, sondern, du hast es ja gesagt, ihr pflegt den Aussenblick, ihr schaut, ihr probiert immer wieder, euch von aussen zuzuschauen. Was läuft da eigentlich? Was können wir noch besser machen? Ja, Betriebsblindheit, das habe ich nicht so gern, und ich finde es ganz wichtig, dass man da rausgeht, rein schaut, wie man da leuchtet, und spürt, wo es nicht funktioniert, und dort Einfluss nimmt. Doris Hafen, etwas, was mich sehr beidrückt hat, ist, dass Sie mir gesagt haben, das ist so schwierig gewesen vor einem Jahr, oder man hat die Kunden, die sind teilweise an einem anderen Ort, muss schauen, dass die zurückkommen, bei anderen Kunden, die Reisen storniert, und so weiter, man hat eigentlich lauter mit schwierigen Themen zu tun, oder? Ihr seid so in einem eigentlich schönen Business drin, oder? Man freut sich auf Ferien, und ihr seid die, die das möglich machen, oder dabei unterstützen, und es sind so schwierig gewesen, und etwas, was mich sehr beidrückt hat, ist, Sie haben gesagt, bei den allerschwierigsten Fällen, nicht einer, ist am Schluss mit einem Anwalt gekommen, weil mit dir etwas überhaupt nicht einverstanden war. Warum ist das möglich gewesen? Wie haben Sie das geschafft? Es ist wirklich so, dass niemand hat gesagt, so jetzt übergebe ich es meinem Rechtsdienst, oder meiner Versicherung. Ich denke, es ist an die Information gelegen, dass wir den Kunden, eben die, die an der Destination noch gewesen sind, dass wir gefragt haben, oder gesagt haben, wie ist die Situation, wir empfehlen Ihnen zu Hause zu kommen, morgen, übermorgen, wir organisieren es. Wenn Sie angesagt haben, dann haben wir es gemacht. Und auch die, die nicht in die Ferien konnten, haben wir gesagt, ja, wir kümmern uns um die Rückerstattungen, die, wo es weit draussen war, haben wir sicher schon sechs Wochen vorher angerufen, haben gefragt, wie sehen Sie es, möchten Sie daran festhalten, wenn es irgendwie geht, gehen Sie in die Ferien, einfach, Kunden wirklich in den Entscheid, mit einbezogen. Und, ja, und so haben wir es wirklich, wir haben es angebracht. Ja, ja, denken Sie, es ist ja wie immer die Option gewesen, umbuchen, ist meistens kostenlos gewesen, wenn Sie annullieren, Geld zurück, dann haben wir müssen, über ein bescheides Honorar von uns, reden, aber, ja, es hat, es ist Verständnis da gewesen, und Sie haben gesehen, wie wir uns bemühen, und, aber ich denke, die Kommunikation und Einbezüge, wie sehen Sie es, und, ja. Wir haben heute mit persönlicher Resilienz angefangen, jetzt haben wir viel über unternehmerische Resilienz gesprochen, von Kony, von, 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 Schwend, dahinter sind die Menschen, und wenn wir jetzt abschliessen mit dem Mensch, Doris Hafen, sind Sie resilienter geworden im letzten Jahr? Ganz eine persönliche Einschätzung, würde uns interessieren. Ich schätze mich schon persönlich ein, als sehr resilient, und auch im privaten Bereich, und, aber, ja, es ist noch eine Herausforderung gewesen, und eine echte Turnübung, und, man lernt immer wieder fürs Leben, äh, es sind, Gefahren, Risiken, aber auch Chancen, die man wieder packen kann, und, Warum sind Sie schon resilient, wenn Sie sagen, Sie schätzen sich so ein, was macht es aus? Was ausmacht, äh, den Alltag, mit Kind, mit Mann, mit, äh, selbstständig, äh, ja, einfach, ja, genau, Multitasking und multifaktorelle Herausforderungen, über einige Urteile. Gilder Schildknecht, also, ich habe auch, bist du resilienter geworden im letzten Jahr? Vermutlich schon noch mehr, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich da schon war, ich glaube, das ist auch ein bisschen typenbedingt, wie man umgeht mit der Umwelt, mit der Welt, mit allem, und das ist kein Argument, dass man es nicht kann lernen, man kann ganz vieles lernen, aber natürlich, auch da, ungefähr die Hälfte ist das, was man mitbringt, und die einen bringen den Klemé mit, und die anderen Klemé weniger. Genau. Ihr, wäre auch mein Einschätzer, ihr bringt grundsätzlich doch einiges mit, und ich glaube, dass da auch eins von den, letztlich, wie, positiven Sachen von Corona ist, wenn man es so sagen darf, aber ich glaube, ich bin überzeugt, das übrigens, bewundere ich euch, also ich staun, wie ihr das in den schwierigen Branchen gemacht habt, und ich will mir nicht vorstellen, schon gar nicht, was wäre, wenn bei uns, drei Viertel von Umsatz weggebrochen wären, und selbst bei 13% kommen ins nackten Knischlottern rüber, also von dort her, glaube ich, dass ihr jetzt wirklich, ja, irgendwie im positiven Sinne, extrem Beispiel seid, aber, das ist auch eine Hoffnung, die wir, glaube ich, alle dürfen, ich glaube, wir sind alle, auch die, die nicht so stark betroffen worden sind, aber die Krise hat uns alle ganz bestimmt, doch ein bisschen resilienter geworden, und das ist, glaube ich, eines von den Sachen, die wir mitnehmen, und im positiven Sinne, die wir für die Zukunft brauchen können. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, ihr habt etwas von euch auf dem Tisch liegen, das ist traditionell, das ist der zwölfte Unternehmensspiegel, und traditionell gibt es einen feinen Biber vom Geschwände, weil mehr selbstverständlich Dost setzt auch auf gute Qualität, und die geben wir euch gerne mit, du kennst ihn schon, aber ich glaube, du findest trotzdem einen Abnehmer, ganz herzlichen Dank, Doris Hafen, ganz herzlichen Dank, Guido Schildknecht, für das spannende Gespräch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Roland, Frau Hafen, Guido, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für diese Einblicke, es ist für uns natürlich auch extrem wertvoll, auch für unser Forschungsprojekt, hier mal direkt mit der Praxis zu sprechen, weil wir sitzen ja doch im Elfenbeinturm der Fachhochschule hier in St. Gallen, aber kommen natürlich auch immer wieder gerne runter und sprechen mit den Leuten, die unsere Forschung betrifft, direkt. Ja, wir haben jetzt viel zur Resilienz gehört, wir haben das Inputreferat gehört und die Podiumsdiskussion. Wir sind tatsächlich damit auch am Ende des inhaltlichen Teils angelangt, aber ich darf Ihnen jetzt noch Johannes Holdener von der Raiffeisenbank St. Gallen ankündigen, der Sie noch verabschieden wird an dieser Stelle. Herr Holdener, kommen Sie gerne hier an meinen Platz. Wir unterstützen die Unternehmerinnen und Unternehmer im Alltag, beim Finanzieren, bei wichtigen Entscheidungen und bei Investitionen in neue Vorhaben, auch wenn Sie damit ein gewisses Risiko eingehen. Und übrigens, vereinbaren Sie doch einen Beratungstermin, von 7 Uhr bis 7 Uhr. Ja, der Marschall Martin Herrstedt, der sagt das Richtige. Es braucht manchmal Mut, es braucht manchmal ein bisschen Risiko für einen gewissen Entscheid, um zu treffen. Aus meiner Sicht sind es zwei sehr wichtige Attribute, wie wir nach vorne schauen, für unsere Unternehmerinnen, für unsere Unternehmer, sicher aber auch für St. Galler Gewerbe und für die St. Galler Politik. Ich würde gerne nicht lang werden auf dem Thema darauf, sondern nur drei Sachen. Das eine ist ein Wunsch, ich wünsche mir, dass wir mutig Entscheid treffen, für unsere Unternehmer, für die Unternehmer, wie wir auch vorher gehört haben. Ich hoffe, dass wir bald in eine Normalität zurückkommen. Ich bin wirklich langsam, die Corona-Müdigkeit, die spüre ich extrem und ich freue mich auf die neue Normalität, wie man dem auch so sagt. Der dritte Punkt ist eine Freude, ich freue mich auf nächstes Jahr, 2022, wie wir hier drin sind dürfen, wieder dürfen die Hauptsponsoren sein natürlich, dann aber hoffentlich live mit 300 Gästen, hier im hinteren Teil. Und ich glaube absolut, so nah lasst, lebt nur mit Menschen, mit Kontakt mit Menschen und im Austausch, wo persönlich ist, miteinander. In dem Sinne, danke Ihnen für die Teilnahme an Ihrem Livestream, hoffentlich sehen Sie uns nächstes Jahr live hier drin. Ich wünsche Ihnen einen ganz mutigen Entscheid, wünsche Ihnen aber auch alles Gute, viel Glück, viel Spass und vor allem bleibst Sie gesund. Alles Gute, danke vielmals, einen schönen Abend miteinander. Danke, Herr Holdener. Nichts nur für Ihr Grußwort, Ihre Verabschiedung, sondern natürlich auch, dass Sie der Hauptsponsor sind. Ohne Sie und unsere anderen Sponsoren könnte dieser Anlass in der Form nicht stattfinden. Wir sind hier tatsächlich am Ende. Ich danke Ihnen in erster Linie zu Hause am Bildschirm, allen Teilnehmern und dass Sie sich auch auf dieses neue Format eingelassen haben. Es ist für uns alle neu, das erste Mal und ich finde, wir haben das jetzt zusammen alles gut gemacht. Ich möchte allen Referenten des heutigen Abends danken, meinem Kollegen Wilfried Lux, Roland für die Moderation der interessanten Podiumsdiskussion, Frau Hafen, Guido Schildknecht, herzlichen Dank. Danke auch, Herr Holdener. Und nicht zuletzt natürlich unsere Marion Pester, die ihn den ganzen Abend heute eingeführt hat. Es gibt aber noch viel wichtigere Personen, ohne die dieser Abend nicht hätte stattfinden können. Ich möchte als allererstes der Technik danken, Markus Gandola und seinem Team, die das für uns hier alles hervorragend gelöst haben und auch die virtuellen Aperotische noch auf den letzten Drücker heute Nachmittag in das Interface einprogrammiert haben. Ich danke aber und ich glaube, der Dank ist am allerwichtigsten und ich weiß, dass die zwei Damen, die ich jetzt nennen möchte, auch mit mir nicht immer Freude hatten bei der Organisation dieser Veranstaltung, nämlich der Lieselotte Arnett und der Rabea Langenegger vom IFU, unserer Empfang am IFU, die das auch unter den neuen Umständen hervorragend gemacht haben, sich auch auf ein ganz neues Konzept einlassen mussten und dies hervorragend bewältigt haben. Also nochmal ein ganz persönlicher Dank, Lies und Rabea, ihr habt es großartig gemacht. Ja, ich habe Ihnen versprochen und das darf natürlich bei so einem Anlass nicht fehlen, auch wenn wir uns leider nicht live sehen können, hier im wunderschönen hinteren Teil des Pfalzkellers, dass wir uns jetzt noch zu einem virtuellen Aperot treffen. Wir haben hier Tische für Sie vorbereitet. Wir haben einen eigenen Tab in Ihrem Interface, ganz unten rechts sehen Sie ein Weinglas. Gehen Sie einfach in diesen Reiter, suchen Sie sich einen Tisch aus. Wir haben das auch noch eingeteilt, wer lieber ein Bier trinkt, ist bei mir im Aumeister Biergarten in München willkommen. Wer gern zusammen mit Roland Weibel einen Rotwein degustieren möchte bei Delinart und natürlich, da wir uns ja virtuell gedanklich in der Tonhalle im St. Gallen befinden, gibt es hier auch noch den Platz im Foyer, möglicherweise mit sogar leichten Jazz am Piano. Ich möchte mich persönlich jetzt von Ihnen verabschieden und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr, die Daten stehen schon fest, am 1. März 2022 hier im Pfalzkeller sehen werden oder zwei Wochen später am 15. März im Gasthof Linde in Täufen zum Unternehmensspiegel für das Appenzellerland. An dieser Stelle, wie man bei mir zu Hause sagt, Pfiatana, Servus, ein schöner Orbig und bis später. Liebe Konzertbesucher, liebe Teilnehmer des heutigen Abends, das Konzert zur Resilienz ist nun vorüber. Wir sind bei Applaus und Verbeugung. Dieses gebührt aber Ihnen, liebe Teilnehmer. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute dabei waren. Ein gleich großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren des heutigen Abends. An die Raiffeisenbank, an BDO und an Delinat. Ich persönlich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir uns im nächsten Jahr 2022 wieder persönlich vor Ort treffen können zum nächsten Unternehmensspiegel Ostschweiz. Wie bei einem solchen Anlass üblich, wenn auch nicht auf die übliche Art und Weise, darf ein Apero nicht fehlen. 50 von Ihnen hatten das Glück, durch eine Verlosung bereits eine Apero-Box durch unsere Sponsoren zur Verfügung gestellt, zugeschickt zu bekommen. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, was diese parat hält. Die Raiffeisenbank hat uns mit Pralines von Scherer beglückt und mit einem netten Kärtli mit dem Spruch drauf für alle Lebenslagen ist doch wurscht, welcher Spruch hier drauf steht, Hauptsache Schokolade. Wer es lieber salzig möchte, ist mit dem Geschenk von BDO gut bedient. Hier die klassischen Salzstängeli, aber auch, was wir heute alle jeden Tag brauchen, ein kleines Tüchli zur Reinigung von Displays. Und ohne das geht es natürlich gar nicht. Von Delinat bekommen wir eine schöne Flasche französischen Rotwein, den wir uns jetzt gerne zusammenschmecken lassen können. Ich möchte Ihnen noch mal ganz herzlich für Ihre Teilnahme danken, freue mich jetzt, wenn wir uns beim virtuellen Apero kennenlernen und wünsche Ihnen an dieser Stelle einfach noch zum Wohl! Vielen Dank.